Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs knirschen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Knirscht, knirschte, hat geknirscht. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich knirsche. Du knirschst. Er knirscht. Wir knirschen. Ihr knirscht. Sie knirschen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich knirschte. Du knirschtest. Er knirschte. Wir knirschten. Ihr knirschtet. Sie knirschten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geknirscht. Du hast geknirscht. Er hat geknirscht. Wir haben geknirscht. Ihr habt geknirscht. Sie haben geknirscht. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich knirscht. Ich knirscht. Du knirscht. Er knirscht. Wir knirschen. Ihr knirscht. Sie knirschen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich knirschte. Du knirscht. Du knirschtest. Er knirschte. Wir knirschten. Ihr knirschtet. Sie knirschten. Den Schluss macht der Imperativ. Knirsche du. Knirschen wir. Knirscht ihr. Knirschen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb knirschen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Ich bin ein Daumen nach oben.